Dima hatte eine super Idee, ist mit dem Föhn gekommen, hat es mir schön heiß unter der Decke gemacht. Und da haben wir ungefähr 15 bis 20 Minuten. Dima hat mich schön heiß gemacht mit dem Föhn. Da habe ich auch gemerkt, wie ich richtig angefangen habe zu schwitzen. Es war ein bisschen schlimmer, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war wirklich, meine Beine waren sehr schlapp am Morgen. Ich war müde, ich war läsch. Wir haben es geschafft, sind wir hochgegangen, haben uns gewöhnt, waren auf 57,3. Die offizielle, was wir machen müssen, ist 57,2, das ist die offizielle Kategorie des Flyweights. Wir waren auf 57,3, hatten noch 40 Minuten Zeit, das Gewicht zu machen. Wir haben uns einfach noch ins Bett gechillt mit dem Schwitzanzug. 12.30 Uhr, war auf 57,0. Genau, dann war es Zeit zu trinken endlich. Haben uns aufgepumpt mit Vitago, mit Elektrolyten, dass die ganzen Mineralien, die wir ausgespült haben die letzten Wochen mit dem Wasserlaut wieder reinkommen. Dann haben wir uns angezogen und sind in die schöne Stadt Graz gegangen.